Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie hätten es wirklich verdient, weiß zu sein. Ich komme, um zu Pfennig. Scheele dich zum Teufel! Das können Sie mir nicht antun. Ich habe nur die Mindestranze zum Leben. Ich will Drogen verkaufen. Die Schwiegermutter, die ist spitze. Kuckuck, hier ist Oma Paulette. Haschisch, Haschganja. Wie viel Probi's? Shit. Keine Sorge, Oma. Wenn der Stoff gut ist, komme ich wieder. So schnell? Ich bin eine Geschäftsfrau. Das ist doch die Drogen, Oma. Ich verkaufe Kekse. Ist das verboten? Space Cakes. Eine geniale Idee. Wir arbeiten und wir verdienen. Ich gebe euch 10% für jeden neuen Kunden, den ihr mir bringt. Okay. Aber Vorsicht! Niemals harte Drogen. Aber natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich verändere mich. Ich habe mich sogar schon mit dem kleinen Schwarzen angefreundet. Wir erweitern jetzt unser Business. Du nimmst seinen Platz ein. Ach, scheiße! Fangen Sie nicht wieder damit an! Was haben Sie denn da drin? Paulette? Drogen. Hahaha, das ist ein toller Witz. .